Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Entkommen aus der Mine und nun irgendwo wieder im Nirgendwo, nachdem schon wieder die Hälfte eingestürzt war. Und ich muss jetzt gucken, wie ich irgendwie zurück zum Gefängnis komme. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Hier haben wir erstmal eine Höhle. Mal gucken, was ist denn hier Schönes drin. Erstmal ist eine Leiche draußen wieder. Mit noch einer Taschenlampe. Und einem Energy Drink, der hat ihm nicht mehr viel geholfen. Okay, hier könnte ich theoretisch ein bisschen schlafen. Ah, hier ist sogar alles vorbereitet. Bett, Feuer, Schweinefleisch mit Bohnen und sogar noch eine Gipfelbrause. Das ist eigentlich eine perfekte Stelle hier. Ich würde mal sagen, das muss ich ausnutzen. Ich glaube, Feuer machen brauche ich nicht. Ich würde jetzt einfach schlafen. Wie lange? Ich glaube, acht Stunden reicht. Dann müsste es wieder hell sein. Oder sechs Stunden sogar nur. Wie müde sind wir eigentlich? Das geht. Ich nehme mal nur sechs Stunden. Mal gucken, wie spät es dann ist. Wenn man keine Uhr hat, misst man das spät nur noch an hell oder dunkel. Sonnenaufgang, das passt. So, Wasser und Hunger haben wir. Nehme ich da erstmal Schweinefleisch mit. Auch wenn es nicht mehr ganz so gut ist. Okay. Erstmal wäre Trockenfleisch hinter. Ich hoffe, ich verdurste jetzt nicht. Okay, sehr schön. Speichern. Und weiter. Brauchen wir unsere Taschenlampe wenigstens nicht mehr. Ah, da geht ein Kletterseil nach unten. Sehr praktisch. Ich gehe mal kurz schauen. Will er da aber mal da hochgehen. Mal kurz die Aussicht genießen hier. Oha. Das sind mehrere Kletterseile. Oh, das sieht nach einem großen Spaß aus. Bis ich da beim Gefängnis bin, das kann dauern. Jetzt gucken wir erstmal da oben. Ja, ich würde sagen, erfolgreich. Jays Zeit verschafft. Mussten wir uns gar nicht bemühen. Oh, da liegt was. Ein Rucksack, wie es aussieht wieder. Hat sich jemand hier oben auch eine schöne Aussicht gesucht und ist dann... Will gar nicht wissen, was mit dem passiert ist. Liegt wahrscheinlich unten im Graben. Oh, Signalpatron, nimm mal mit. Die waren so schwer, ne. Machen dich ungeschickt, sind aber sehr warm. Echt war so, wie man ein Kaninchen in den Händen trägt. Ah. Ich gucke mal. So, wir hatten jetzt die und würden jetzt die nehmen. Die verlangsamen uns sogar ziemlich stark. Die sind aber halt sehr viel wärmer. Sprinten ist dann halt quasi... Ne, ich glaube, ich lasse die doch hier. Ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen... Auch wenn Gewicht... Muss jetzt nicht sein. Ist zwar eigentlich cool, dass wir es gefunden haben. Aber das... Will ich dann jetzt doch nicht... Will ich nicht nutzen. Und ich bereue es schon, weil es bei mir so kalt ist. Shit. Ich brauche ja Ausdauer, um hier runter zu gehen, ne. Mit dem Seil. Oder gilt das nur für aufwärts? Oh, shit. Ja, doch. Ein bisschen Ausdauer kostet jetzt auch nicht so viel. Aber es kostet auch Ausdauer. Okay. So. Weiter zum nächsten. Ich meine, rechnen die beim Gefängnis eigentlich wirklich damit, dass ich es schaffe, zurückzukommen? Oder gehen die nicht davon aus, dass ich eh draufgehe bei der Mission? Oh Gott, das geht jetzt tief runter. Oh Gott, das geht jetzt tief runter. Oh nee, das ist nicht euer Ernst hier. Ich bin gerade angekommen. Hä? Ich hab dich verdammt nochmal angeschossen. So ist wieder was kaputt. Okay, mir geht's aber noch gut. Außer, dass mir ziemlich kalt ist. Ich muss dringend irgendwo, irgendwo hin. Wo möglichst keine Wölfe sind. Ich meine, hier wird wohl kein Kletterseil irgendwo sein. Da hinten könnte zwar was sein, aber ich gehe jetzt instinktiv lieber hier lang. So, jetzt müssen wir uns jetzt ein Feuer machen. Ich hoffe, hier ist es ein bisschen windstiller. Was war denn das? Achso, die Baukolben. Kommt mit hier. Muss reichen. Ich brauche erstmal dringend Feuer. Hier ist es nicht windstill genug. Ich hoffe, hier ist es windstill genug. Oh, das geht Gott sei Dank. Das sollte mir nach Kohle mitgenommen. Perfekt. So, muss ich mir hier irgendwas beraten? Eigentlich nicht. Wir haben noch genug Zeug mit. Wasser werde ich wahrscheinlich gleich ein bisschen brauchen. Ich mach nochmal die Pfirsiche. Oder? Nur das Schweinefleisch mit Boden kommen. Das ist ein bisschen schlechter. So, dann ist das mal. Dann geht es hier doch gleich viel besser. Die Dose lässt es aber bitte schön hier. So. Okay. Muss ich jetzt nur noch einen kurzen Moment abwarten, bis ich wieder aufgewärmt bin. Und dann können wir weiter. Das heißt, wir gehen jetzt echt diese Schlucht lang. Wenn ich Glück habe, könnte ich hier vielleicht rüber. Aber es gab ja eigentlich auch keinen Weg hier. Oder? Gab es heute einen Weg? Weil sonst komme ich wahrscheinlich... Ne, hier zwischendrin war ja auch irgendwo zu. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Oh, da geht es rein. Moment. Oder? Nö, sah nur so aus. Oh, Temperatur steigt. Hat aber nicht lange angehalten. Oh, Klima. Wasserfälle kommen mir natürlich schon bekannt vor. Es sind viele davon. Na gut, bei dem unwegsamen Gelände hier. So, jetzt ist die Frage, unten oder oben lang? Ich würde eher oben tendieren. Damit ich irgendwann mal auch auf höherem Gelände auch lande. Ah, da ist ein Kletterseil. Schön. Ah, da unten wäre so ein E-Sense gewesen. Wahrscheinlich liegt da noch jemand oder so. Aber das ist mir jetzt egal. Oder? Ich glaube, da liegt keiner. Oh Gott, hier geht's echt weit nach oben. Ich hoffe, du schaffst das, McKenzie. Kann ich gerade so wieder? Verstauchungsrisiko? Ach, ich bin müde. Ich werde es nicht schaffen. Nein! McKenzie, bitte. Du hast es fast geschafft. Los, los, los! Gleich sind wir da. Oh, der kippt mir gleich um. Ich wusste gar nicht, dass das so müde macht. Ich kann mich doch jetzt hier nicht schlafen legen. Ich fühle mich wirklich schlafen. Ich fühle mich wirklich schlafen. Sind wir sonst gleich fertig, oder was? Oh Gott, wo kann ich... Da ist ein Unterschlupf. Da kann ich mich, glaube ich, mit Feuer ein bisschen hinlegen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. So, wir müssen ja eigentlich ziemlich lange schlafen sogar. Da müssen wir jetzt alles reinkloppen, was wir haben. Fünf Stunden mehr Zeit habe ich nicht. Ich hoffe, das geht gut. Okay. Feuer ist sogar noch an. Sehr schön. Oh, es ist neblig. Schnell eine Limo hinter. Vielleicht die auch noch da hinterher. Ich habe ja noch die Einwandpackung, sehe ich gerade. Okay. Ich speichere jetzt mal auf den anderen Speicherstand wieder. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich nach da oder nach da gehe. Ich probiere es erstmal nach hier. Aber der Hinweis eben mit den Nebenmissionen war doch bestimmt deswegen. Okay, hier geht es runter. Ich weiß gerade nicht. Vielleicht beide Wege jetzt ausprobieren. Ich gehe oben noch mal gucken. Oh Gott, ich sehe gerade, das hat überhaupt nichts gebracht, das Schlafen. Die fünf Stunden. Aber für mehr habe ich kein Holz. Ich könnte jetzt noch ein bisschen nachlegen vielleicht. So, du bist jetzt noch 18 Minuten an. Moment, ich will jetzt erstmal wissen, ob hier noch irgendwas ist. So, hier können wir wahrscheinlich nach oben gehen. Und hier ist nur Abgrund. Oh, da ist ja noch eine Höhle. Interessant. Ach shit, hier wäre ein Bett gewesen. Das heißt, eigentlich kann ich mich hier noch ein bisschen ausruhen. Da war das Feuer eigentlich umsonst gewesen. Naja gut, dann müssen wir zwar nachts wieder los, aber dann schlafen wir mal noch zehn Stunden hier und hoffen, dass wir das überleben. Okay, dunkel wie Hölle natürlich. So, dann knuspern wir jetzt mal wirklich ein bisschen Fleisch hier. Wir haben ja schon schön viel. So, und als Lichtquelle da wird uns die Taschenlampe jetzt nichts mehr bringen. Wir haben noch eine Fackel übrig. Okay. Speichern und weiter. Es scheinen wirklich mehrere Wege zu sein. Hier geht es auch wieder ganz woanders hin, gefühlt. Ah, die Musik ist schön gerade. Ah, bin ich jetzt hier an der Stelle? Ist das vielleicht der lange Weg, den ich gehen soll, damit ich Zeit verschaffe? Ist das vielleicht so? Okay, kann ich nicht mehr zurück. Und jetzt bin ich definitiv hier an der Stelle. Mist, aber ich will eigentlich gerne wissen, wo die andere Richtung noch, wo das langgegangen wäre. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, das nimmt wahrscheinlich ein bisschen die Immersion, wenn ich das jetzt so mache. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum mache ich das jetzt? Ich nehme mal noch einen dritten Speicherstand und ich lade nochmal kurz den anderen Speicherstand. Warte mal, laden. Müsste der hier sein, oder? Weil ich will einfach wissen, ob ich wirklich jetzt richtig liege, dass der andere Weg uns dann zum Gefängnis führt, also schneller zum Gefängnis führt. Weil dann notfalls lade ich nochmal die Stelle jetzt, wo ich dann halt hier langgegangen, also da drüben langgegangen bin. Nimmt jetzt ein bisschen Immersion, aber ich bin jetzt einfach zu neugierig. Ich will das jetzt Ich will das jetzt wissen. Warum ist jetzt die Fackel aus? War das der Wind? Zu windig. Okay, verstehe. Aber bleibt die halt aus. Da ist das Gefängnis schon, wie es aussieht. Moment, aber eine Fackel wird doch anbleiben, oder? Die sind ja ein bisschen heller. Ist das nicht der Wärter, den ich entdeckt habe, als ich zum Gefängnis gegangen bin? Ach nein, das ist das mit dem Massengrab. Das heißt, ich wäre jetzt hier wirklich schneller da. Das ist jetzt doof. Ich weiß jetzt halt wirklich nicht, ob das Spiel so gestrickt ist, dass ich den langen Weg nehmen soll, um Jays Zeit zu verschaffen. Oder ob das scheißegal ist. Puh. Gut, wir haben ja gespeichert. Auf der 3, glaube ich. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt das Falsche überspeichert. Ich gehe jetzt mal ins Gefängnis. Ich werde ja sehen, wie sich die Story entwickelt. Hoffe ich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich hätte was anders machen können, wenn ich doch den langen Weg gegangen wäre, dann kann ich das ja immer noch tun. eigentlich bin ich ja froh, dass ich jetzt einen kurzen Weg gefunden habe. Ja, das war natürlich klar. Irgendwas wartet hier natürlich auf mich. natürlich grünäugige Wolfe. Bleib weg. Der andere ist trotzdem noch rot. Ist mir schon klar. Oh Gott. Oh Gott. Ne. Ich lade nochmal. Ich will die jetzt mit dem Revolver vertreiben. Nimmst mir nicht übel. Das muss jetzt nicht sein. Ich weiß, ich habe zwar genug Sachen dabei gerade eigentlich, aber ne, hör auf. Das sind die Strafhunde, weil ich den langen Weg nicht gegangen bin. jetzt gibt es Ärger. Was ist das schon? Naja, lauf schön weiter. Geht doch. So, warten wir noch welche. So, wunderbar. Das heißt, ich muss meine Zeug wieder wegdeponieren. Schließe alle Aufgaben ab, bevor du zum Gefängnis zurückkehrst. Ah ja. Es sieht so aus, als komme ich dann von hier weg. Das heißt aber eigentlich auch, dass es egal ist, ob ich die jetzt deponiere. Witz wahrscheinlich, weil, ähm, ich komme ja sowieso dann, äh, auf ein neues Gebiet. Ähm, ich wollte uns nochmal angucken, die Quest. So, Nebenquest wäre jetzt noch gewesen, der dunkle Stern. Nach blutverschmierten Seiten suchen. Zwei Spinde wären noch übrig. Die Goldkassette, äh, die Schließkassette des Goldsuchers noch. Und Gerüchte haben wir noch einige nicht gefunden. Und Strafstädterverstecke schon gar keine. Äh, ich habe gespeichert. Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt direkt hin. Ich durfte ja keinen Unterschied machen. So, Pilot, did you finish the job? I found the detonators. Well, I guess the warden's telling the truth after all. Now what? we blow a hole in the wall. But first, let's you and I have a little chat. Oh, shit. Hey, Mathis, I did everything you asked. Oh, I know, Pilot, you've been a good dog. But every dog has its day. Whoa. Wait, fellas. Was soll das jetzt werden? Kapitel 4, Donna. Es gibt noch ein viertes Kapitel, okay. So, here we are again. Yeah. We have to stop meeting like this. Me tied to a chair, you acting crazy. The problem I have, Pilot, is that you keep lying to me. I don't know what you mean. You see, that's exactly the kind of thing that pisses me off. Was willst du denn? First, you pretend not to know anything about the case. I really don't. Then, you go around behind my back, purposely trying to mess up my plans with an accomplice. Mathis, I... Shut your mouth! All I hear are lies. I know everything. Oh shit. Is der tot? You monster. He didn't do anything. I know. He was so innocent. Just one of the good guys. Hat etwa erzählt? But he sang like a bird when we laid into him. Oh nein. He couldn't give you and your friend up quickly enough. I know about your pathetic activities to slow me down, McKenzie. He makes me laugh because the only reason I kept you alive was I thought you could fly us out of here. Back to the mainland. but I'm starting to understand that here here we can be kings. Back there is nothing but fire and cold. The old world. My crew and I were going to rule Great Bear. Nobody can stop us. Not you, not your friend, nothing. We aren't going anywhere. So you've outlived your usefulness to me, Violet. Oh shit. And when I'm done with you, I'm going after your little helper. Oh, Chase. Ja, Chase rette mich. Oder is it Astrid? Aber gerade im letzten Moment, ne? Los, steh auf, McKenzie. Komm. What the hell is going on? Vor allem, weil er, weil er, hat er nicht gesagt, er hat gefesselt gewesen? Wie hat er sich jetzt befreien können? Hat er, oder hat er sich jetzt, hat er sich jetzt echt selbst befreit? So, ich nehme an, genau, Inventar ist leer. Von daher, wieder einen neuen Speicherstand. Äh, beziehungsweise einen alten. So, jetzt gucke ich mir erstmal um hier. Scheiße, jetzt haben sie den also doch verprügelt, weil er wusste irgendwas. Bestimmt hat er die Telefonate ab, gut, dann hätte er es aber anders rausgefunden, hätte er ihn nicht schlagen müssen. Aber irgendwie wusste er die ganze Zeit, dass wir lügen. Ich verstehe nicht wie. Und, letztendlich, hat er ihn deswegen jetzt, oh Gott, da vorne stehen sie. Was ist denn mit der Tür passiert? Was ist denn mit der Tür passiert? Einer lebt noch, die anderen nicht. Was? Die haben noch mehr, Leute. Wir, wir können sie rennen. jetzt bist du dran. Geh drauf, ey, echt. Äh, Max? Whatever you're gonna do, you better do it soon. Jetzt weiß er, dass wir, definitiv, dass wir zusammengehören. Dankeschön. Werter, wir rückhoffer? Okay. Enemy for life. Okay. Oh, shit. Metal Case. Wo ist das? Metal Case. Bin ich überhaupt richtig? Oh, fuck. Hier komme ich doch aber nicht lang. Kann man ja mal unten durch, wahrscheinlich. So, hier. Hier komme ich sogar durch. Da ist es nicht. Stapel Papier, das ist da alles, räuchte alles nicht jetzt. Nee, nicht richtig. Nee. Alles noch wegen dem verfickten Koffer, ey. Astrid, was ist da bloß drin? Oh, shit. Wo hat er das denn nur versteckt? Oh, eine Brechstange. Das wird echt verdammt knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich habe schon so viel Zeit verloren. Ich sehe ja nicht immer mehr was. Nee. Okay. Ja. Den Weg haben wir ja gesehen, wo wir jetzt lang müssen. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge wieder an, in zwei Tagen. Oh Gott. Vielen Dank, dass ihr wieder schon schön dabei wart und bis in zwei Tagen, Leute. Macht's gut. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.